servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal im battle.net shop könnt ihr aktuell sparen und zwar hat blizzard eine aktion zum black friday rausgehauen das ganze läuft bis zum 27 november also nicht ganz zwei wochen und bis zu 67 prozent werden euch hier versprochen was ganz ganz wichtig ist das sage ich gleich vorweg es macht eigentlich keinen sinn nach den spielen einzeln zu sortieren weil blizzard hier die angebote warum auch immer gar nicht erst drin hat dafür hat es dann wahrscheinlich nicht mehr gereicht ganz ganz unten kommen dann die reduzierten sachen ich würde euch empfehlen wenn ihr alle angebote über alle spiele hinweg sehen wollt klickt einfach auf angebote zum black friday und dann kommt ihr dahin vielleicht das wichtigste für euch vorweg für wo w gibt es keinerlei angebote also weder the war within noch dieses cataclysm classic paket sind reduziert wundert mich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht auf der anderen seite bei the war within finde ich es auch ehrlich gesagt gar nicht schlimm man könnte jetzt argumentieren hätten sie das addon nicht angekündigt wäre höchstwahrscheinlich dragonflight jetzt reduziert aber ihr müsst es so sehen um dragonflight jetzt spielen zu können müsst ihr einfach nur das neue addon kaufen und habt dann dragonflight plus die kommende erweiterung mit drin gäbe es jetzt irgendwie dragonflight für 25 euro denkt ihr ja aber da habe ich ein angebot dann kauft ihr das jetzt und dann in zwei monaten nochmal die neue erweiterung für 50 euro also so habt ihr theoretisch auch was gespart weil du nur einmal kaufen müsst weil da habe ich auch schon so ein paar kommentare gelesen und sind wir mal ganz ehrlich das kann ich schon nachvollziehen da will ich auch nicht sagen typisch blizzard wenn du gerade erst ein produkt angekündigt hast haust du es nicht nach einer woche wieder für 40 prozent weniger raus ich glaube an dem punkt sind wir noch nicht angelangt also was auf jeden fall günstiger ist diablo 4 falls ihr das schon immer mal ausprobieren wolltet 40 prozent wie ihr hier seht und das auf alle editionen auf meinem drittkanal mittlerweile link in der video beschreibung spielen wir das ab und zu ist an sich kein schlechtes spiel aber wer mit dem season mit den seasons nichts anfangen kann season 2 fuck mich ziemlich ab ich habe ehrlich gesagt keine lust mehr gerade also es ist so wenn ihr an diablo 3 spaß hattet oder habt dann spielt das weiter das hat mir zuletzt mehr spaß gemacht als vierer dann modern warfare ist reduziert 67 prozent und deswegen können sie halt auch mit diesen bis zu 67 prozent rabatt werben weil das ist glaube ich die heftigste preissenkung die ich gesehen habe halt für ein spiel ne eins war glaube ich noch ein overwatch paket gibt es reduziert ansonsten müssen wir erst mal wieder ein bisschen runter scrollen und hier sehen wir dann alle diablo games sind reduziert diablo 2 resurrected 67 prozent genauso wie die prime evil collection für 16 euro ist eigentlich ein ganz guter preis würde ich tatsächlich sagen diablo 3 gibt es für 9,99 und das addon auch für 9,99 euro oder ihr kauft euch die battle chest dann kriegt ihr beides zusammen wie gesagt tatsächlich wenn ihr überlegt ihr hättet bock auf ein diablo und ihr habt nichts dagegen dass die grafik ein bisschen älter ist vom spiel spaß her finde ich tatsächlich zwei und drei besser aktuell man muss ich gebe blizzard nur ein bisschen zeit diablo 3 war am anfang auch shit im vergleich zu jetzt aber wer sagt okay das stört mich nicht ich würde schon empfehlen das addon zu holen damit ihr auf max stufe leveln könnt und so weiter aber da habt ihr dann 20 und sonst kostet 41 das neueste minimum und macht einfach mehr spaß finde ich persönlicher geschmack warcraft 3 reforged ist im angebot auf 50 prozent dann sehen wir hier noch ein paar call of duty spiele da das neueste modern warfare 3 ist auch nicht reduziert alle anderen schwanken zwischen 26 und 67 prozent für overwatch klar das spiel ist jetzt free to play könnt alle helden gleichzeitig freischalten reduziert für auf 10 euro und ein invasion paket keine ahnung was da alles drin ist story legendärer skin blablabla also das übliche warcraft rumbled gibt es auch nur die shop inhalte da ist nichts reduziert und bei starcraft 2 gibt es tatsächlich sogar 82 prozent die kampagnen sammlung kostet 6 euro 92 und die komplette digital deluxe edition 19 euro 79 ich bin leider nicht gut in diesen spielen aber ich glaube wer strategie was anfangen kann und noch nie starcraft gespielt hat der dürfte damit bestimmt seine freunde freude haben overwatch gibt es auch nichts zu holen dann haben wir noch die arcade sammlung crash bandicoot 4 das ist auch reduziert und ja damit haben wir eigentlich schon alle schnapper durch wie gesagt bis zum 27 november also zuschlagen wenn ihr da auf irgendwas bock habt günstiger wird es wahrscheinlich nicht mehr damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen abonniere 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 Bis zum nächsten Mal.